Geht's irgendwie wie nen anderen Weg raus? Ich glaub nicht, dass der jetzt einfach so weg gegangen ist. Na verdammt. Gibt's nicht. Oh. Na wunderbar. Er ist weg. Okay. Ah, hi! Da bist du ja. Wie wär's? Lass einfach ab und ich kann da durchlaufen und das zweite Ventil aktivieren. Na? Geht doch. Lass mich für immer nebliche Ruhe. Bye-bye! Ich würd sagen, das andere ist auf der Seite. Oh yeah! Nice! Ich würd sagen, so gut wie geschafft. Ist da noch irgendwas? Nope. Oh, ich seh halt mal gar nichts. Und da läuft er. Genau in diese Richtung. Am ersten, du drehst jetzt um. Wie wär's? Hehehe. Er sieht uns halt noch nicht, ja? Na so, wir dachten. Und ich bin weg. Oh shit! Und bye-bye! So. Das war doch irgendwie easy. Zu easy. Mir fällt gerade ein, dass ich bei der, dass man gar keinen Schwierigkeitsgrad auswählen konnte. Aber gut. Ich mein... Obwohl, so du bist jetzt eigentlich gar nicht hier in den Schwierigkeitsgrad auszuwählen. Wie stark einen die Gegner verfolgen. Der erstmal hier mit dem Oberkörper Wasser. Chillig. Können wir nicht lang, okay. Oh! Wenn die noch mehr von der Decke runterhängen. Dann könnte ich wetten, dass irgendwann mal einer von denen nach uns greifen wird. Oh! Wow. Dass ich das hier schrocken hab. Oh crap! Ich hab grad gleich darauf geachtet. Ich hab grad irgendwie geschaut, ob die Aufnahme läuft. Was für einen Weg aus der Qualisation? Immer noch? Ja. Ich mein klar immer noch. Wir sind noch gar nicht draußen, aber... Ja. Was in aller Welt? Warum singt er? Ja. Ich kann sagen, wir sind gleich. Oh! Du wirst noch wissen, was echt ist. Der Doktor ist tot. Du kennst das, oder? Der Doktor Wernicke. Er stirbt, bevor er hier überhaupt angefangen hat. Welche Experimente macht ein toter Doktor auf lebende Patienten? Das ist die Frage. Was? Okay. N. Die Patienten wissen, dass Doktor Wernicke tot ist. Einer fragte mich, welche Experimente führt ein toter Doktor an lebenden Patienten durch? Was ist Project Wallrider? Teil werden, äh... Experimente im Namen eines, äh, Toten Doktors durchgeführt. Oh! Oh! Alles mit... Das ist ja wunderbar. Okay. Hopp! Ach du Scheiße, ist das hier ekelhaft. Über Blut an den Wänden. Über Blut an den Wänden. An der Decke. Das Wasser ist Blut. Es ist ja nicht kein Blut mehr. Hier liegt sogar. Was soll das sein? Ich hab keine Ahnung, was das sein soll. Egal. Ah! Crap. Es wird zu dunkel. Was war das? Ich kann auf jeden Fall lang kriechen. Das ist zum Glück zu. Okay. Okay. Wir haben nur zwei Batterien. Nicht gut. Links oder rechts? Ich würd sagen, wir gehen nochmal rechts. Wahrscheinlich kann man sowieso... Ja eben. Wir wären sowieso an der selben Stelle rauskommen. Was gibt's hier so interessantes? Okay. Wir können da lang. Ich nehme mal an, dass die Tür verschlossen war. Oder auch nicht. Oh! Okay. Okay. Plus. Also manche Scherzen sind schon wirklich extrem cheap. Aber manche dann auch wieder recht gut. Auch wenn mich, äh... Das ständige... Äh... Orbish. Und die Verfolgungsjagd zwischen uns und diesem... Walter... Wie ist er nochmal? Ich hab's schon vergessen. Auf jeden Fall der Typ, der uns verfolgt. Die erinnert mich ein bisschen an, äh... The Curse of Blackwater. Was ich extrem nervig fand. Und extrem dämlich und unnötig. Aber... Hier ist das eigentlich ganz cool. Okay. Wo müssen wir langen? Gibt's keinen Weg. Können wir da nach oben springen oder so? Geht auch nicht. Kann man auch nicht drauf springen? Der kann auch nicht drauf springen. Kannst nicht ducken. Gibt's nichts. Okay. Dann muss es da drüben irgendwas geben. Ah, okay. Brauchen wir jemanden in die Kiste? Ne. Gut. Nice. Da kommen wir nach oben. Oh. Irgendwas wird passieren. Irgendwas wird passieren. Ist da noch irgendwas? Was? Nein. Das ist nichts. Wow. Keine Musik. Keine Geräusche im Hintergrund. Gar nichts. Das ist kein gutes Zeichen. Meine Gänsehaut ist auch kein gutes Zeichen. Oh, die Luft geht zur Hölle. Gehen gerade mächtig orientierungslos. Ah! Oh! Oh! Okay, speichert. Ach du Scheiße. Es ist viel zu groß das Area. Es ist viel zu groß das Area. Oh nein. Oh crap. Wow, ich hör irgendwas. Da. Oh shit. Wo müssen wir hin? Wo ist er? Ist da irgendwo. Ich seh nicht. Fuck. Okay, Moment. Wo gehen wir? Jetzt sagen wir, tasten uns einfach mal vor. Da. Wo kommen wir her? Wir kommen da her. Dann gehen wir erstmal da lang. Ja. Ist irgendwas? Was? Ist gar nichts. Okay. Ich geh erstmal da lang. Ist hier nichts. Doch das. Das ist irgendwas. Oh, das ist grad. Ich geh erstmal da lang. Oh shit. Da ist er irgendwo. Wir haben noch eine Batterie. Fuck. Goddammit, wo ist er denn? Ich, 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 heute hab ich seh nicht. Wow. Es war ja klar, dass es hier nicht sein würde. Äh. Mist, 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 Mist. Ist uns auf der anderen Seite. Ist wir da lang? Ich hab das Gefühl. Der läuft da drüben irgendwo. Ich seh. Da. Glaub ich. Okay, solange wir uns nicht begegnen, ist alles in Ordnung. Oh shit, der läuft. Da. Was ist da? Da. Oh, da geht's da oben. Nice. Nice, nice, nice. Oh, da geht's auch nicht da oben. Scheiße. Äh, doch. Doch, da geht's da oben. Irgendwie. Okay. What the f- Kann man so springen? Da geht's da oben. Okay. Okay. Oh shit. Immerhin. Immerhin. Ohhhh. Jawoll. Geschafft. Boah, hab ich Gänsehaut. Wow. Hi. Könnt er vorschieben. Davor schieben, verdammt die Scheiße. Okay. Geht nicht. Wär auch komisch, wenn das gehen würde. Hi. Okay. Holy crap. Boah, ich hab lags. Äh. Oh, was denn? Was blockiert mich da? Achso. Das ist extrem verwinkelt, ja. Mir ist noch nicht aufgefallen ist. Ich glaub, ihr sollt ihm folgen. Oh, das ist verdammt dunkel. Warum sehen die eigentlich so gut im Dunkeln? Und ich bin raus hier. Wow. Wow. Okay, das hat grad Ruckel gemacht. Moment, ich cutte mal. Wie er das hat. Ich mach mich auch mal.